Hallo, wo kommt ihr denn her? Wir wollen heute einen Bunker finden. Ich bin gerade in Lindenberg-Mark. Heißt wieder in der schönen Mark Brandenburg. Ob er noch existiert, müssen wir rausfinden. Ihr werdet mich dabei begleiten. Ob ihr wollt oder nicht. Achso, wenn ihr nicht wollt, könnt ihr natürlich das Video abschalten. Aber bleibt einfach dran. Vielleicht lohnt es sich. Ladies and Gentlemen, wir sind der Sache ein Stück näher gekommen. Hinter mir das Waldstück soll sich der Bunker befinden. In der Nähe gab es auch einen Turm. Da sind Kameras installiert. Der kriegt per Software mit, wenn es hier in der Nähe brennen soll. Auch eine coole Sache. Ich wusste nicht, dass sowas auch existiert. Ich habe von dem Bunker noch nichts entdecken können. Also noch keine Straßen oder Wege, die anbahnen, dass hier mal was war. Aber ich bin froher Dinge, weil ich ungefähr eingrenzen kann, wo er sich befinden soll. Und das ist eigentlich auch das Tagesziel für heute. Wenn wir da sind, werden Bilder gemacht. Und dann kann ich auch zu den Bildern vielleicht das eine oder andere sagen. Jetzt aber weiter. Ich habe wieder was gefunden. Aber ich habe schon mal reingespäht. Das sieht mir nicht nach einem Bunker aus. Das sieht eher aus wie ein Tank. Oder? Also ich glaube nicht, dass hier dass das ein Bunker ist. Also muss hier irgendwo noch was sein. Gibt es überall so eine Löcher. Schauen wir mal weiter. Hallöchen. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass das Video ein bisschen anders aussieht. Ich habe eine andere Kamera. Habe für relativ wenig Geld, danke an den Verkäufer, eine zweite Kamera besorgen können. Kann das Objektiv an dem Ding wechseln. Sie ist wetterversiegelt. Im Gegensatz zu meiner Hauptkamera, da gehen die Meinungen auseinander, ob sie wirklich versiegelt ist oder nicht. Die ist es auf jeden Fall laut Hersteller. und dient jetzt quasi hauptsächlich für Video. Damit ich mit der anderen mich mal mehr mit Fotos wieder beschäftigen kann. Weil mir ist aufgefallen, dadurch, dass ich mit der anderen mehr Video gemacht habe und das meine einzige Kamera war, habe ich irgendwie wenig Fotos gemacht. Jedenfalls, was ich auch noch sagen wollte, Bunker, dort, ist direkt an so einem Wanderweg. Das Witzige ist, der Wanderweg hat ein Schild. Ich habe jetzt vergessen, wie der Wanderweg hieß. Also so ein offizielles Schild, wie man halt die Wanderwege erkennt, hier in Brandenburg. Und der ist nirgendwo aufgezeichnet. Also der ist nicht als Wanderweg irgendwie in meiner Karte deklariert. Vielleicht war es mal ein Wanderweg. Aber dadurch, dass der Bunker direkt nebenan ist, bin ich überrascht, dass der von außen bisher ganz gut aussieht. Also es stand ein bisschen Müll rum, schon im Eingangsbereich, aber naja, kann nicht ändern. Ihr wollt reinschauen, wa? Mh. Ihr wollt unbedingt reinschauen. Können wir gleich mal machen. Erstmal gucken wir uns so ein bisschen außen die Sache an und dann geht's rein. Und wir brauchen noch ein bisschen Energie. Ich hab echt Hunger. Oh, wenn's sieht auf. Hammer, ich kann mal aus. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, dann wollen wir mal. Ab in die Unterwelt. Ich hab' noch nie. Oh, dann gucken wir's mal. So, ich schroren die Tür. Ich hab' ja schon mal die Tür. Jetzt halt das wahrscheinlich ein bisschen sehen. Ah, hier ist alles vermüllt. Falls noch jemand einen Stiefel braucht. Da liegt noch einer. Ist das hier ein angenehmes Klima, sag ich euch. Leerer Raum. Nicht viel drin. Ein bisschen Elektronik. Ah, hier ist die Elektronik. Das muss ja von irgendwo eingeschweißt worden sein. Also hier muss noch ein zweiter existieren. Das ist ruhig. Ups. Mal scharf sein. Ja, bei mir ist das alles noch händischer manuell. Hier sind quasi Glaswand oder Glasbausteine eingesetzt. Und dahinter ist direkt der Märkische Sand. Ja. 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 schon eine eigentliche Konstruktion. Ja. 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 Oh, ok. Ja. Da wächst was. Tja, das ist schon merkwürdig. Gut. Ah, das ist relativ frei vom Vandalismus, oder? Erstaunlich. Das ist doch so eine Wand hier. Sie könnte ja fast perfekt für ein Geocache sein, aber hier ist nichts. Was auch immer das für ein ulkiges kleines Ding hier gewesen sein soll. Okay, das war es ja wohl schon. Da wäre ein Licht. Oh, das haben sie schon alles ziemlich entkernt. Schönes Klima hier drin. Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt aufgezeichnet hat. Und verzeiht mir ein bisschen komische Kameraführung, aber muss mal gucken, wie ich das besser üben kann. Taschenlampe und Kamera zusammen und dann auch noch fokussieren. Ups. 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 Ob wir das noch finden, ob wir das noch finden. Man kann die übrigens sehr gut stehen. Das ist alles kein Problem. Ein mögliches Fotomotiv. Oh Gott, die Decke ist so hoch, ich komme gar nicht ran. Aber hier seht ihr, was ich meine. Nehmt ihr überhaupt noch? Sieht so aus, oder? Oder auch nicht. Der hat schon weiße Flecken. Leider hat auch keine Spuren in der Vergangenheit. Also keine, die irgendwas aussagen könnten. Und ich glaube nicht, dass das von dem Bunker ist so ein Teppich. Da steht da auch was. Ja. Naja, so eine Verbine gar nicht, ich glaube nicht. Also ein paar Stiefel ist schon wieder mal nützlich. Ne. Ne. Okay. Hier ist noch was. Ach so, das sieht einfach na. Steckdose aus. Nein, ich seh das gerade wieder nicht. Das ist Strom. Ach, hier ist ja noch einer. Die gutsten. Na gut, weiter gehts. Dann gehts wieder raus. Ich hab das Ding nur ein Schloss gehabt zu haben. Gut. Das ist eng. Hier werden wir wieder draußen. Ich schau mal, ob ich noch den anderen entdecken kann. Ich hab leider immer noch nicht gefunden, wo der Offiziersbunker ist. Ich vermute, dass das der Offiziersbunker ist, den wir noch suchen. Weil den Bunker, den wir uns gerade eben angeschaut haben, der ist ein bisschen größer, also wirkt größer als der vermeintlich kleiner Offiziersbunker, weil da gab es ja diese drei Räume und den großen geteilten Raum. Wenn das der Offiziersbunker war, sprich der kleine, dann ist es irgendwie noch wichtiger oder noch schöner, wenn man irgendwie auch den Unteroffiziersbunker finden würde. Aber ich hab noch keine Ahnung, wo der sein soll. Ich geh jetzt nochmal den Weg zurück, nachdem ich mich durch den ganzen Wald gekämpft habe, in der Hoffnung, dass ich noch irgendwo Spuren oder irgendwas finde. Irgendwie muss es ja was geben. Und das Witzige ist ja, das war ja irgendwie eine Heidelandschaft, oder ist es immer noch, zu üben, aber auf der Karte so wirklich erkennbar ist nichts davon. Also es ist schwierig zuzuordnen, wo ist was. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Ich hab's nicht gefunden. Keine Chance. Wüsste nicht, wo der sein soll. Und noch länger durch den Wald gucken wollte ich jetzt auch nicht, weil das wird langsam anstrengend. Und es wird dunkel und ich muss noch meinen Zug kriegen. Und ich hab blöderweise mir nicht gemerkt, wie lange ich überhaupt hierher gebraucht hab von dem Dorf mit Bahnhof zum zweiten Dorf ohne Bahnhof. Tja. Hätte ich mir mal merken sollen. Ich lass es euch wissen. Wir haben jetzt die Uhrzeit. Und ich hoffe, dass ich noch irgendwie einen Zug kriege. Bis 22 Uhr fährt einer. Also eigentlich habe ich noch Zeit, aber ich wollte nicht erst irgendwann bei Nacht in der Stadt ankommen. Falls wir uns nicht mehr sehen, sehen wir uns nicht mehr. Und ansonsten bleibt dabei. Bis auch nicht. Bisshots bei Nacht. Ichтьсяge! Geeftball. Be 빠chtet den Haaren. tt